Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fiesta Online. Oh, du musst fertig mit Zählen. So, wir gehen nochmal in den Turm. Ja, aber warte ganz kurz. Also ja, wir können schon mal reingehen. Aber warte ganz kurz. Ja, ich renne ja nicht vor. Heute aber bitte noch, oder? Stimmt, ich kann ja jetzt wieder der Schuft rollen. Peruvinden. Okay, ja gut, alles klar. Issel, Turm von Issel, 0 von 5. Ja, weil wir es bisher auch noch nicht geschafft haben. Oh, wenn ich mich dir nähe. Achso. Mal. Habe ich uns auch einmal gebufft. Oh, sehr schön. Gesteigerte Ausweichschance. Das ist gut. Also ich glaube, die können wohl auch nichts mehr anhaben jetzt hier, ne? Ja, aber es macht Spaß, sie allein zu killen. Geh mich so mächtig mit. Karten brauchst du nicht mehr jetzt hier, ne? Hier unten nicht mehr. Nicht von denen. Geh mich so mächtig mit. Fallen sie alle um wie die Flieschen. Natürlich tun sie das. Ich bin ja auch eine noch sehr am Anfang stehende Jägerin. Ich hab mal die Kurve gekriegt. Ich kenne nicht du. Meinst du? Ab jetzt, dann wäre ich vorsichtig. Ja. Dann sag mal vorsichtig, ich mach das schon. Achso, dann meinst du mich? Ja, weil du hier sonst in den Staubkohlen reingerannt wärst. Ich kenne den doch. Wir sind alle Kumpels. Alle Kumpels. Ich zieh lieber zu, dass du mich hältst. Ich kenne den doch. Du? Ne? Siehst du? Ja. Geheilt. Ei, 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 ei. Wie ist das alles aufregend hier? Ganz schön hoch der Turm, ne? Ja. Schon ganz schön weit. Richtig, äh, ein großes Ding. Warte mal ganz, 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 ganz kurz. Eine Sekunde, ne? Ja, ich lauf ja noch nicht. Wollte nur gucken, welche Etage. So. Jup. 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 Oh. Großes, böses Monster. Huch. Na, jetzt machst du die Etage. Die Karte will ich mal einfach kurz. Hm? Will mal wissen, was das hier für eine Karte ist. Ah, das ist die Kamaris der Dunkelheit. Ich hab mir selbst eine Karte gefunden. Das ist aber gut. Das Ding kann die eigentlich weg. Freuen wir nicht. Das ist so schwach für mich. Stufe 10 nur. Boah. Geht ja mal gar nicht. Nee. Ja, mal guck dir an, welche Stufe ich bin. Die ist ja vollkommen unter deinem Niveau. Aber wirklich. Stufe 10. Jetzt drehst du durch. Ich glaub, es war Geld. Hallo? Der hätte eine Karte fallen lassen. Ja. Das ist ja eine Skelettkarte. Skelettbogenfitzen brauch ich. Gut, ich gucke mal. Äh, nö. Ja, okay. Dann ist sie relativ unnütz. Das ist scheiß Geisterbuch. Das hat mich, glaub ich, vorhin gekillt. Ja. Ist ja auf Stufe 28. Ja. Gut, das brauch ich. Alle weg? Jo. Gudi. So. Alle Monster weg. Ja. Alle Monster weg. Hup. War das doch gleich? Alle Römer weg. Ach ja, genau. Alle Römer weg. Ja, stimmt. So. Oha. Ich weiß ja nicht, wie weit mein Heilradius da ist. Wie nah ich an dir dran stehen muss. Das weiß ich leider auch nicht. Okay. Dann werden wir das wahrscheinlich jetzt gleich herausfinden. noch der Golem oder wie? Hier ist jetzt nur noch der Golem, ja. Nur noch. Aber der ist Stufe 35. Der ist 9 Level über mir. Ich glaub, die Wahrscheinlichkeit, dass ich den... ...töpfe? Ist relativ gering. Oh, ich bin konfus. Ich bin konfus. Ich bin konfus. Ich bin konfus. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe hab ich. Okay. Woohu. Hier ist gleich down. Oho. Oho. Jetzt. Oho. 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 Natürlich muss ich den Steingolem dann irgendwann nochmal machen weil ich jetzt erst die Quest dazu gekriegt habe Aber Ich folge dir dann natürlich Ja, das mit dem Staubgolem das machen wir dann natürlich wenn wir wieder einige Quests hierfür haben Jetzt machen wir einfach noch so weit wie wir können und dann Klar, aber schau mal du bist mit dem privaten Account, meine ich Oh, warte doch, das ist der falsche Zauber Damit locke ich sie gleich alle auf, nicht? Okay, die sind relativ schwach Warum sind die so schwach? Haben die denn schon Level? 31 Das geht So, oh, Inventar voll Auch weil ich hier noch zwei Karten drin habe Warte kurz Oh, ich habe Eisengohle, MS-Karte Die ist, glaube ich, eine ganz seltene Wenn ich mich recht entsinne Zumindest war sie früher selten Schlecht Dann schau mal Ja, 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 ja Den Kärtchen danach Wenn das jetzt die gleiche ist, dann kriegst du die jetzt Okay, nee, es fliegt und er starb Okay Gut Mensch, läuft das super Ich habe eine seltene S-Karte gekriegt Ja Da freut sie sich Wirklich selten Ach du grüne neue Level 35 Äh, wieder falscher Zauber Wobei, die stehen da alle auf einem Fleck Mist, ja Okay Komm, versuch'n was Oh Gott Lauf So, darfst wiederkommen Ach so, du blitzst da schon Ja, ja, ja Ja, ich Schau da jetzt nicht komplett ab Ich versuch'n Schon in der Nähe zu bleiben Dass ich dich auch heilen kann Wenn es erforderlich ist Boah Ist schon von mir, dass ich jetzt den ganzen Turm wieder unterrenne Ja Weißt du, wie anstrengend das ist? Ja, verbrennen aber Kalorien Weißt du, was bei dem Spiel hier echt wundert? Hm? Kannst durch alles durchgehen Aber hier ist so diesen Pfeiler Kannst du nicht mal drauf springen Wieso ist das so? Ich verstehe das nicht Ich weiß es nicht Das ist echt bewundernswert Wie weit ich Oh Gott Komm schon Lade nach Lade nach Lade nach Lade nach Komm schon Lade nach Wobei, ich soll Dich kriegen Ja Wow Da ist ja noch einer Oh Gott Herzinfarkt Aber nicht Brauchst du Da wird mir das Level nicht mehr mehr angezeigt Das ist schon Sternchen, Sternchen, Sternchen Oh, okay Also einfach nur Sternchen Ich greife trotzdem an Weil wir so schnell auskommen Aber wir werden nicht lange überleben Heil sie doch Heilung Spam Heilung, oh scheiße Was scheiße Und ich hatte sie einfach so vorzerrissen Ja Das war sehr schön Ich hatte es so vorzerrissen Sehr schön Ja ey, danke ey Also ich und Freunden brauchen wir keine Feinde Ich gebe mal Ich gebe mal die ganzen Quests ab Von Ösen Ja, Level Upe Level Upe Ja Genau, ich habe ja noch eine Quest Da muss ich zu Dings hier Aladdinmeister Kiest Wo ist denn der Penner? Das weiß ich gerade selber nicht Das ist gut Ich weiß leider nicht von Wir gucken einfach gleich mal Oh, ich habe der Turm von Ösen Sechste Etage Von dem kann ich das trotzdem schon mal Nein, ich meine Ich kann es aber schon mal abnehmen 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 kann ich auch Aber ich kann es doch erst mal annehmen Das kannst du tun, ja So, es wird wirklich nötig Jetzt mal wieder Fest zu machen Ich kann nämlich bald keine mehr annehmen Hä? Apropos annehmen Wir sollten das aber gerade mal durch Ja Lass uns das aber mal kurz in Älteren machen Dann kann ich währenddessen kurz Alles ins Lager bringen Was ich hier habe Gute Idee Weil mein Lager ist mehr als voll Achso, warte Nehme ich einmal kurz mein Kätzchen Und dann kannst du mir das dann in Ruhe vorlesen Das sieht aus wie ein Kuscheltier Ist ja auch ein Kuscheltier quasi Meine Kuschelkatze So, kann ich einmal kurz vor meinem Ding runter So, dann darfst du mir das gerne Ja, ja, ich warte Ich lager selbst jetzt noch ein paar Sachen ein Achso Uh, ich kann auf jeden Fall gleich nochmal versuchen Meine Waffe aufzuwerten Das gut geht Äh, ja, ich habe doch die Ding und Steine Ach ja, stimmt Guck mal, die hat eine Armbrust Ja Armbruste Armbruste sind aber langweilig Okay Okay Gut Guck mal, Mann Echt Sammlung Goldene Skulptur Ja Einfach nur abgeben beim Schmied Es gibt aber keinen Ziel ist Ja, dann musst du das einfach nur beim Schmied abgeben Also ja, annehmen Dann Das kann ich verkaufen Dann Maloklinenbogen 8 Ja Gut, da müssen wir auch zu den komischen Paladin-Meister Dann Ein bisschen eine Einfach nur abzugeben bei Schuhtieren Ja Ich bin der Paladin-Meister Ach, der Paladin-Meister ist hier am Platz Gut Äh Megaton des Malung-Clans Ja Acht Stück So Trotz kleiner Wunsch Acht Skelette Wiederholbar Ja Dann Arme Händler Silberschleim 5 Wiederholbar Ja Das ist das, was wir vorhin für mich gemacht hatten Achso Ja Okay Sechs Skelette Wahrscheinlich Klar annehmen Weil ja eh Offene Fragen Einfach bei Schuhtieren abgeben Okay Okay Dann Karte der Sandigen Hügel Und ein Brief Ja Abgeben Bei Julian Ja Und der Herr Helders Anlernst Von dem Lernst Was? Vollendung Der Magie Magie Schriftrollen Ja, ja. Dann bist du, ich glaube, wir sind jetzt zu stark für Mara. Für die Karte. Und ein Keving, super. Ein Keving, nee, ein Rasender Keving. Ja. Ja, dann lass uns doch jetzt erst eben zu Mara das in der Star versuchen. Ja, ich glaube zwar, dass wir das nicht mehr schaffen, aber wir können es versuchen. Versuchen wir was. Aber ich muss hier ganz kurz noch der Quest abgeben. Okay. Bei Schutien. Ja, ich muss da auch hin. Gut, das hier nehme ich einmal an. Was auch immer das ist. Was soll ich denn hier? Achso, ich soll Level 30 werden. Achso, okay. Na gut. Ey, was ist denn von mir? Ich kann ja hier gar nichts abgeben. Ja, dann sollst du hier wahrscheinlich auch Level 30 werden. So, ich muss jetzt einmal kurz Zauber kaufen. Das habe ich nämlich komplett vergessen. Gute Idee. Du musst einmal auf die andere Seite. Genau. Nicht da. Die andere Seite. Genau da. Weiter, 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 weiter. Genau bei dem. Ach, er ist das. Okay. Okay. So, hast du alles? Ja. Okay. Dann, einmal mir folgen. Abzumara. Du hast geraten, Herr Elsa. Hm. Hm. Oh, hier habe ich eine Quest, die ich abgeben kann. Oh, hier habe ich eine Quest, die ich abgeben kann. das ist nicht schlecht hier brauchte ich theoretisch nur eben den rasenden keving dann habe ich das von hier das einzige was ich hier noch brauche ist elite-pirat aber da kommen wir ja automatisch dran vorbei sollten ja wohl jetzt nicht mehr das problem nicht mehr weil für mich waren bis auf jetzt der große gibt's golem da waren oder dass mara aus direkt aber mara bitte noch nicht angreifen schießt doch nicht auf den wenn ich darauf zu laufen so davon auch mit springen naja von der kriegen wir nie und immer eine karte aber das wird ewigkeiten dauern glaube ich wenn wir denn noch eine kriegen ja dann klappern wir mal im mara standort haben wir auf das tierchen warte kurz ich habe gerade noch eine quest durch mara bekommen ich warte doch ich krieg sogar noch eine karte das ist das ist noch fun c oder b das brauche ich eine kleine elf hast du geputtscht ich glaube das ist sogar die die ich brauche c pinky perfekt das heißt pinky habe ich auch ja gut den nächsten mal den krieg ich einfach nicht die anderen sind jetzt noch nicht so wild na doch gold mara brauche ich noch die goldene mara karte und die ist verdammt selten das kann ewigkeiten dauern die zu kriegen rein theoretisch musste mara auch hier hinten eigentlich vertreten sein da was da stimmt mich dann an zu oder was der greift sich an weil wir mara angegriffen haben ja du genau ich habe überhaupt nichts gemacht so hier gibt es auch keine mara karte ich glaube am sinnvollsten wäre es wenn man stehen bleibt aber die dauert ja so lange bis sie wiederkommt versuchen wir es nochmal am letzten standort in dem ich weiß dass es wieder geben könnte okay und dann beenden wir den part einfach dann setzen wir sie halt auch mit auf die liste der karten die wir dann mit einem freundcharakter wenn du sie alle austrotten willst ja eigentlich will ich nur die karten haben ich will alle karten haben da ist die mara auch nochmal meine eine karte hat es mir mal gegeben war die a karte ich brauche aber noch die s karte die fällt aber so selten ach ja gut dann haben wir halt kein glück ja ja gut dann sehen wir uns halt hier beim nächsten mal wieder also hau tsch tsch